Wir sind reich! Ich weiß, dass ich das jetzt verdient habe. Ich werde mein eigenes Haus haben in Portugal. Lächel doch. Und meine eigene Schwester sagt mir kein Wort. Mir kein Wort. Mariette, geh zurück nach Portugal. Das hätte ich von José als erst erfahren sollen. Aber man soll nicht drüber reden. Mal so, rede mit mir nicht drüber. Also habe ich mir gesagt, mein Freund José muss wohl Lust haben auf was ganz anderes. Ja, genau. Kann man da einen Anhänger hinten dranhängen? Mariette. Du wirst befördert. Wir sind uns einig. Wir müssen sie im Haus behalten, unbedingt. Papa, Mama, also ich habe mich verliebt. Sie heißt Paula. Ribeiro. Eine exzellente Neuigkeit. Paula will nun mal keinen Portugiesen. Es ist Schalcaje. Dann machen wir an die Nähe. Das hat mir noch gefehlt. Und sitzen zusammen um einen Gazpacho. Sollt alles gut gehen. Ja. Ich frage mich gerade, die Portugiesen mögen die Gazpacho? Und was werden wir dort machen? Wir beide ganz allein in dem großen Haus. Ich gehe nicht weg von hier. Die Diktatur von General Alcázar, das war sicher ganz furchtbar, ganz furchtbar. Salazar. Alcázar ist aus Temonstropie. Die zwei verwechsel ich einfach immer. Wir dachten heute Abend, gibt es Stockfisch? Die zwei verwechselt.